Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 14 des Adventskalenders von der lieben Svan hier. Das Türchen Nummer 14 beinhaltet wieder ein großes selbstgemachtes Päckchen und wieder ein kleines. Ich freue mich, heute das tierisch mit euch auszupacken. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Heute auch so schön in rot. Das ist so genial. Wir machen auf und starten. Ich freue mich, ihr Lieben. Aber heute schon nach 14, nur noch 10 Tage, dann ist das wunderschöne Spektakel wieder rum. Oh, das ist so schlimm. Das macht nämlich so einen Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Freude macht. Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bis jetzt der schönste Adventskalender, den ich bis jetzt... Was heißt bis jetzt? Es ist der schönste Adventskalender, den ich jemals bekommen habe. Und ja, man merkt einfach, wie viel Liebe da drin steckt. Ja, so, wir lösen das jetzt hier mal. Uh, das hast du aber diesmal gut fest. Oh. Achso, ja. So könnte es auch gehen, ja? Was ist das denn? Fraschelt. So, Nummer 14. Wieder mit unseren schönen... Sie klingelt ein bisschen. Hier mit einer Schleife Cabochon, die berühmte Schneeflocke, einer schönen Glocke wieder. Nummer 14 hier, in einem Bottle Cap. Straßsteinchen. Oh, ich freue mich. Ja, heute machen wir mal dieses auf. Gestern hatte ich ja das zuerst geöffnet, also das kleine davon. Heute machen wir das wieder auf. Ich bin gespannt. Auch wieder in so tollem Olaf-Papier. Ich mag, ich stehe ja total auf Olaf. Oh, ich bin gespannt, Leute. Was ist da drin? Oh, wie cool. Oh, das ist ja geil. Das sind Holzelemente. Oh mein Gott, ist das cool. Stopp, stopp, stopp. Das sind Holzelemente. Und die kann man ja irgendwo draufkleben. Boah, ist das cool. Die gab es auch mal beim Action. Offensichtlich habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Ja, Entschuldigung. Hier, das sind so. Hier oben sind Sonnenbrillen, so Art Sonnenbrillen. Flugzeug. Dann hier solche Kameras. Die passen ja jetzt optimal. Muschel, Seepferd, Flipflop, Stern, Koffer und Leuchtturm. Also es ist alles so maritim angehaucht. So ein bisschen urlaubsmäßig, Urlaubsfeeling. Oh, das ist cool. Der Leuchtturm ist mega. Kann man so schöne Projekte mitmachen. Ich danke dir. Also wie viele sind da drinnen? 36. Also 36, ja. Insgesamt. Richtig, richtig toll. Das fand ich. Ich danke dir. Das ist mega. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Finde ich richtig toll. Du hast immer Sachen, die ich noch nie gesehen habe dort. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann machen wir dieses Päckchen auf. Nummer 14. Und ich bin gespannt. Oh, da ist auch wieder ein Geschenk drin. Oh. Also Packung ist leer. Die schöne Verpackung. Jetzt sind wir jetzt natürlich auch mal mit hierher. Und das ist wieder ganz leicht. Und wieder ein Charme. Die müssen wir gleich abfummeln. Hier ist aber ein Karabiner heute mal dran. Auch total niedlich. Schaut mal einen Tannenbaum. bald ist es soweit. Bald ist Heiligabend. Ich bin schon gespannt. Das könnte von einer Form Stickerrolle sein oder so. So, weil ich das gerade hier so... Das könnte eine Stickerrolle sein. Schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Ja, eine Charme-Kitty-Rolle. Oh. Die habe ich mir jetzt letztens auch mitgenommen. Aber das macht ja gar nichts. Weil Charme-Kitty ist so süß. Guckt mal. Oh nein. Das ist so niedlich. Die machen wir jetzt mal auf. Beim Action-Rolle habe ich die nämlich gar nicht aufgemacht. Und habe die uns wirklich angeguckt. Das machen wir jetzt nämlich jetzt. Hauen wir jetzt hier mal raus. Wahrscheinlich... Ach, so man, jetzt werde ich da oben rausholen. Na ja, egal. Und zwar... Oh, sind die niedlich. Guckt mal hier. Flakon, Charme-Kitty. Oh, die sind so süß, diese Sticker. Oh, die sind so niedlich. Das waren hier. Die sind so süß. Oh. Ich packe gleich alles. Oh, ist das niedlich. Oh, ist das süß. Ich freue mich. Die sind richtig, richtig toll. Ja, und die wiederholen sich auch. So, vielen lieben Dank. Ich freue mich. Also, wie gesagt, man kann ja von sowas nie genug haben. Und ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich es nur einmal habe meistens, benutze ich es ja gar nicht. Weil ich Angst habe, es könnte leer gehen. So, jetzt kann ich auf jeden Fall getrost Charme-Kitty-Sticky-Sticky-Stickern benutzen. So. Also, ich freue mich. Also, ich mag ja sowas total gerne. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz lieb. Auch für Päckchen Nummer 14. Hast du wieder toll ausgewählt. Und es sind einfach Sachen. Das ist der Hammer, wirklich. Das ist der absolute Oberhammer. Vielen, vielen lieben Dank. Also, du hast es in Schwarze getroffen. Und ja, morgen ist schon Tag Nummer 15. Die Zeit rast. Das ist so heftig. Oh, Leute. Die Zeit rast. Das ist so. Boah. Ja, und ich würde sagen, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen 14. Dezember. Und wir sehen uns morgen zum 15. Bis dahin. Tschüssi, ihr Lieben. Also, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, jetzt sind wir positive. Vielen Dank.